Sie haben hier schon ein paar netten jungen Herren in die Hand geschüttelt. Wir haben zwei Arten von Demonstratoren. Einerseits mal hier eine Maschine und andererseits hier die jungen Herren, die sind auch ganz nett. Was wir hier machen wollen, ist ein Zeichen, wie muss Entwicklung sein in einer Art und Weise, dass sie agil und schnell ist, interdisziplinär und was für Rückwirkungen hat das am Ende des Tages auch auf die Ausbildung. Ausbildung in dem Sinne ist es eine Hochschulausbildung, das sind alles Studenten. Und dieses Projekt war also die Basis, da haben wir quasi erforscht, wie wir entwickeln sollen. Und nur forschen, so fröhlich vor sich hin, ohne es wirklich anzuwenden, ist dann eigentlich nicht wirklich zielführend. Und deswegen habe ich ein Team am Ende des Tages von 20 Studenten, die aus sechs Nationen kamen, genommen und diese Methoden angewendet. Angewendet heißt in dem Sinne, dass wir hier hinter, da sehen wir das digitale Modell dieser Anlage. Auf Basis dieser digitalen Modells haben wir die Anlage initial entwickelt, nur in Iterationsschritten und wenn wir etwas fertig hatten, haben wir das mit der Realität verpufft. So dass im Prinzip die Virtualität, das Cyber, das physische immer vorauskommt. Und dadurch konnten wir dann sehr schnell entwickeln, wir haben am Ende des Tages in knappen sechs Monaten ein Team, das sich vorher nicht gekannt hat, bestehend aus Studenten, haben wir diese Anlage digital und real hergestellt. Und damit wir auf einer Messe so eine charmante Dame wie Ihnen und auch anderen charmanten Herren etwas anbieten können, haben wir das Ganze noch ein bisschen verpackt im Sinne dessen, mit den Keksen und auch Kekse. Also die Kekse sind statistisch gesehen eher für die Damen interessant und die Cocktails dann eher für die Herren. Und wir können also hier... Kommen woanders drin ist. Also wir variieren das auch. Es ist ein modulares System und der Gradient geht nach oben, je länger der Tag wird. So und wir können also jetzt hier verschiedene Module sehen, die auf einem standardisierten Protokoll oder CUA-Aktur basieren, was also ganz wichtig ist, dass also auch verschiedenste Hersteller miteinander interagieren können. Also wir haben hier cyberphysische Systeme, die alle eine gewisse Intelligenz haben. Und diese Intelligenz kommt von verschiedenen Herstellern. Kekhoff, Siemens, I&R, Bosch, Rex und Olfekhoff ist niemand vergessen. Und die Intelligenz kommt am Ende des Tages zu Software. Das ist dummerweise das auch so schlecht sich. Und das Ganze können wir jetzt auch hier mit einer interaktiven HMI direkt ausprobieren. Können wir eigentlich Links bekommen? Wenn wir... Also... Wir sind doch völlig wahlfrei. Ich würde gerade irgendjemand möchte einen Keks... Keks oder... Keks. Vielleicht... Also wir wollten einen Keks. In meiner Büroschefinanz. In meiner Büroschefinanz. In Ihren Büroschefinanz. Ah ok. Gut. Also da haben wir... So. Und jetzt sehen Sie, hier fährt also dieses System, holt den ersten Keks ab. Was immer ganz nett ist, die beiden Komponenten arbeiten zusammen. Das drückt da hin und dann fährt es da hoch. So dass wir im Prinzip zwei halbwegs intelligente Komponenten, die zusammenarbeiten zu einer neuen Funktion zusammen. Und jetzt fährt das wieder zurück und holt quasi die Deckschicht. So, jetzt... Ja, manchmal... Das war dann die Physik, die zugeschlagen wird. So, jetzt wird das schon angeliefert. Möchten Sie selbst zugreifen? Fällt aus dem anderen. Fällt aus dem anderen. Fällt aus dem anderen. Entschuldigung. Entschuldigung. Vielen Dank. Jetzt dürfen Sie noch bestätigen, was wir... So. Also... Das ist jetzt letztendlich, um es auf einer Messe hinzumachen. Und den Studenten hat das aber Spaß gemacht. Also... Man lernt sich aber zum praktischen Ding viel mehr, als wenn man es jetzt nur in der Tafel rumlässt. Also das ist für Ingenieurstudenten, oder was studieren Sie? Maschinenbau, ne? Ist sowieso das praktische Ding. Also, was vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass es ein internationales Projekt gewesen ist. Das sind sechs Nationen, oder sowas. Genau. Und wir kennen aus dem Softwarebereich auch das Thema Open Source. Und was wir hier gemacht haben, wir haben auch eine entsprechende Website, wo wir alle Informationen, die wir erstellt haben, also wir haben jetzt hier den Demonstrator, aber eigentlich wollen wir nicht nur diesen Demonstrator zeigen, sondern den Weg, wie wir es gemacht haben. Und das ist eben... Haben wir alle Informationen frei zugänglich aufs Internet gelegt, das im Prinzip auf Mittelständler, weil sich Inspirationen holen kann, wie man es echt machen sollte. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Gerade für den Mittelstand. Danke. Herzlichen Dank. Also, schöne Wette noch. Tschüss. Wir gehen einmal hier um die Ecke. Wir haben dieses Jahr sehr viele. Aber ich kann Ihnen das recht machen. Es kommt noch ein schönes Highlight. Das Projekt Ilan. Mit Berlin. Das Projekt Ilan. Mein Futgen. Das Projekt Ilan. Gerut типа zu ansagenen. Vielen Dank.